Hallo, ich bin Tatjana, ich lebe in Sankt Petersburg, ich mag Reise, Lese, ich liebe Musik, ich bin Künstlerin, ich mache Mosaik. Machst du irgendwelchen Sport? Nein, ich bin nicht sportlich, aber ich mag viele Spaziergänge. Was für einen Mann suchst du? Ich suche einen Mann meines Lebens. Ich freue mich, dich kennenzulernen.